Das stört echt, Alter. Glenwood's Grand Mesa National Forest. Wieder CO. CO zu bedeuten hat. Mal schlau machen. National Forest. Meister, ich kenn' Black Meister. Schlau machen. 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 Oh, die streiten sich da. Wenn ihr euch streitet, dann verbleibt mich. HALLEWITZKA. Auf der Gegenfahrbahn. Das ist grad'n bisschen... Scheiße. Ich bin erster. Cool. Ach ne, doch nicht. Ich hab einen gut gemacht. Warum? Da unten. Pferd auf. Na klasse. Gleich die Überfahrt. Wechseln wir mal die Spur jetzt. Pfff. Pfff. Wird schon besser immer rechts fahren. Ne, da kommt uns wenigstens keiner entgegen. Oh, warte immer links. Ne, der Mesa Bull. Klasse. Richtig klasse. Ja, hier kann ich besser fahren. Kommt mir wenigstens keiner entgegen. Wie scheiße du. Ja. Und ich überhole mal eine Weile ein. Zapp. Höchstgefühndigkeit. 10xp. Und Sauberwold. 50xp. Uiuiui. Ja, Kontrollpunkt. So. Anhalt. Auf der Freeway. Natürlich. Wir halten den Wind auf der Freeway an. Flügel. Kein Ding. Oh man. Die scheiß Bulle. Früher hat man Schnittlauch gesagt. Ne, wo es noch grün waren in Deutschland. Außen grün in den Hohl. Wie sagt man heute? Heute sind sie blau. Ich nicht. Wie hat Mittermayer gesagt? Ach seh. Wo sie noch grün waren. Diese Ocker. Gelb. Senf. Bläh. Farben in den Händen. Und Hosen. Selbst ein Blinder würde sich sowas nicht anziehen. Das riecht man doch, dass das scheiße aussieht. Das riecht man doch, dass das scheiße aussieht. Er hat keine Kontrolle mehr. Von wegen. Ich habe sowas von Kontrolle, das glaubst du gar nicht. Hyper Control. du forderst mich zum anhalten auf dann fordere ich dich heraus mich in ruhe zu lassen ganz einfache sache du forderst was dann fordere ich auch was nur diese forderung nun hier kommen wir ja direkt durchfahren das ist ja fein da kaputt schon wieder eine straßensperre siehste ich hätte da eigentlich weiterfahren können neu nicht doch bei need for speed und wird sagt ihr seid so weit gut das ist scheiße 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 jetzt muss ich genau gucken weil der kommt jetzt hier vorgefahren ja so setz ihn unter druck ich kann mal nicht unter druck setzen ich bin gut unter druck setzen läuft hier nicht checkpoint kontrollpunkt ist gut du scheiße scheiß bulle das gesehen hat er mich einfach von der straße gerannt nein komm wunderschöste komm komm ja ha ha mit ach und krach ne alter o 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 Eine Brücke! Alter, ist das geil! Mal gucken, wo wir hier durch müssen. Erstmal gar nicht. Ui, ja, wo eine Meise? Da fliegen Teile vom Wagen, haltet Abstand! Ja, da fliegt ein Dach vorne. Da kriegt jemand! Haha, lol! Ich hab das gesehen, aber ein Stück von der Straßensperre. Also das ist aber nicht mal Beweis für die, naja... Entwicklung von EA ist... Ja gut, das heißt EA, das ist ja eigentlich Blackbox, aber Blackbox ist ja so ein EA-Studio. Und von daher... Die haben da unten zu tun. Die haben Stress da unten drin. Melee! So, jetzt gehen wir mal Gas! Wenn ich mal ans Ziel komme hier! In 6,5 Minuten schon. Schwere, der müsste jetzt hier mal bald mal ans Ziel kommen, ne? Der Kerl, komm langsamer, der fährt wie ne Maschine! Ich bin eine Maschine! Kontrollpunkt! Der fährt wie ne Maschine! Zu geil! Zumal! Die Phase? Der macht sich davon! Ich seh'n nicht! Tschüss! Nein! 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 Nur kurz vorm Ziel, wa? Guck mal, da ist ein Bulle neben mir! Ihr seht's jetzt selber! Und wo ist er hin? Weg! Weg! Boah, die Karre sieht aus, alter! Die Karre sieht aus, der! Muss mal eben was gucken! Ja, ich muss mal gucken, ob der auch aufnimmt! Oh, weiter! Wer sagt der Leon? Der Leon? Ja, Leon kenn ich! Und wer sind evil? Aber der Leon kenn ich nicht! Hm! Hm! Musiker die Leon! Cool! Ach so! Ja, es ist im Prinzip wieder Positionen gut machen! Was ist denn? Heli! Huch! Der Heli hier! Der Heli hier von der Gemüren! Der Heli hier von der Gemüren! Der Heli hier von der Gemüren! Der Heli hier! Der Heli hier! Der Heli hier! Der Heli! Mit deinem Pick-Up! Oder sowas ähnliches! Mit deinem Pick-Up! Schöne! Die Might Materion! Er hat nur noch einen! Dürf wohl der Leon sein, der Obermacker. Der Heli dazu sagen hat, das warmt mich gerade. Dööö, sagen wir mal, hat ihr so eine Ahnung? Ich glaube, es hackt. Du spinnst wohl. Hast du wo einen an der Meise? Nicht einfach zu überholen? Ist dir das erlaubt? Nö. So, mein Bus ist vorbei. Dann machte er erstmal ein Problem mit dem Bus. Terus, mein Freund. Hat Billen reingehauen und haben schon wieder so eine Scheißkurve. Hast du diese Kurven, wo du da rausfliegen kannst? Da kriege ich immer Angst. Automatisch. Kann man logischerweise nicht rausfliegen, weil da keine Canyons sind. Da vorne kannst du wieder rausfliegen. Oder? Oder? So, dann haben wir sie alle hinter uns gelassen und dann können wir ja jetzt mal Stoff geben. Guten Tag. Guten Tag. Fahr mal lieber hier. Ja, rechts ist immer besser. So. Komm, 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 komm. Hm. Ich hab fast mit drei erklammert und lang, alter. Bullen. Ganz klasse. Ja, wo ist Bullen? Was ist das denn? Nein! Oh, Alter. Ey, glaubst du's? Ey. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber der ist auf einmal in den Fenstermodus gewechselt. Das war jetzt kurz mal, ähm, Standbild sozusagen. Alter. Kann ja nicht sein. Ist ja nicht wahr, ne? Warum ich auf die Kletzer gegangen bin? Naja. Die Bremse zu testen, weil hier alles verheißt ist. Und weil da ein Auto doch wunderbar war. Was soll ich sagen? Wie lange muss ich denn hier fahren? Nicht so gut, oder was? Ja, ich fahr immer in die Tanker rein. Ich will mal gucken. Da wird ja sozusagen das Spiel einfach nur angehalten an dem Moment sozusagen. Und es ist ja nicht so, dass die vorbeifahren. Das verstehe ich ja auch nicht, aber gut. Ich nehme mal ein anderes Kit. Ich nehme mal das Razer Pack. Ich nehme mal das Razer Pack. Ich nehme mal das Razer Pack. Mal gucken, ob er diesmal ein bisschen schneller lädt. Wir wissen. Entweder ist es die oder die andere. Weil die sind irgendwie gleich aus. Können wir nicht helfen. Ach komm, Alter. Ich weiß, ne? Ne, da war schon wieder die Musik weg. Pssst. Lade doch schneller, Alter. Aber warum der Tibob einmal wieder hinter mir ist, weiß ich auch nicht. wie genau sah er aus ich nehme jetzt ähm hallo ich möchte gerne fahren ist das denn möglich ist doch möglich schon verarschen wir sind die auf einmal das ist ja beschiss die sind auf einmal vorbeigeruscht wie nicht das ist ja beschiss was eigentlich nicht muss das war jetzt beschiss also das war jetzt oberbeschiss ihr habt es jetzt selber gesehen ober mega überbeschiss aber gut ach jetzt sagst du was ich habe es nicht gesagt so eine schlampe ist ja Das ist eigentlich logisch, oder? Ich meine, ne? Logisch ist eine Schlussfolgerung. Mann, Mann. Hallo, mit deinem komischen Karre da. Das war jetzt knapp. Die Nase juckt. Scheiße. Du kommst mir nicht in die Quere dahinten. Komm. So geht der Trio. Ich wollte nur an der Tanke mal den Kit wechseln. Oh, wird ich? Vorbei. Oh, der zieht. Oh, der zieht. Oh, der zieht. Oh, der zieht. Oh, der zieht weg, Alter. Oh, der zieht weg. Oh. Oh, der zieht ja durch die Kurve. Oh, der zieht. Na ja. Oh, der zieht. geraten wenn ich ordentlich nitro sammeln 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 und gummi alter der zieht mir ja weg alter nämlich verarschen pass mal auf du dich krieg ich auch noch du sackgesicht ja auf einmal fahren sie ganz anders ne komisch nehmen habe ich sie locker überholt und jetzt auf einmal zumindest hier er geht auf einmal ab wie weiß ich nicht wie von der tarantel gestochen hallo bull sagen wir noch mal schönen guten tag auch hier ist ein unfald da ist eine umfeld muss ich da jetzt mal kriechen es ist denke ich mal auch gewollt dass man den dann kriegt mein logisch ne ist ja alles irgendwo ist es ja doch gescriptet gewissermaßen jetzt wisst ihr schon was ich meine die leute die sich da so ein bisschen mit befassen beziehungsweise auskennen hier heavy rain ja heavy rain besteht eigentlich nur aus skripts ja festgelegten skripts aber mehr und eben und das ist eben das geile aber gut das ist ein anderes das hat mit need for speed so überhaupt nichts zu tun ja also die tanke die tanke kann mich jetzt mal gern haben am arsch war ich da jetzt rein hatte ich eben schon willst du mich verarschen das ist der auf einmal hinter mir lupte sind wir sie neben mir glückwunsch fachstufe 7 erreicht ja das ist die tüchchen der herrn gegner ja die anwesern vorbei wenn schatten anzeige voll ist um maximale wirkung zu erzielen cool jetzt kommt wieder das escape so ja 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 ja